Jetzt bin ich hier drüben und was bringt mir das? Oh, einer dieser dummen Krieger kommt. Die ich so hasse. Die jetzt auch erst ab den Klippen neu hier zugekommen sind als Gegner. Die nicht unbedingt dreinauen, aber nerven. Weil die einen die Kombo immer unterbrechen. Wo sind wir hier? Hier ist... Okay, das nehme ich. Scheiße auf Magien. Leben ist wichtiger. Okay, Magie aber auch. Egal. So. Ach du Scheiße, ey. Aber die dürften... Normalerweise kein Problem mehr sein. Normalerweise, sag ich. Was ist denn hier schon normal in God of War? So. Hier hat einiges aber aus. Ist dir war es einfach jetzt. Jetzt habe ich die Schnauze voll. Oder die Schnauze voll. So. Ganz einfach ist das jetzt so. Was haben wir hier? Ich drück mal. Eine Statue der Aphrodite. Okay. Ach, die drückende Halskette. Ja, was soll mir das sagen? Soll ich tauchen? Tauchen wir doch. Ich weiß nicht, ob das hier jetzt zum Secret Raum geht. Wow. Geht oder... Oder hier echt weiter geht. Wo bin ich jetzt? So duft bin ich selber nicht. Nee. Hier, komm. Die Orbs nehmen wir schön. Das natürlich auch. Oh, guckt euch mal an, wie viel wir kriegen, ey. Aber irgendwie will ich da was aufleveln? Nein. Aber hier mal in die Armee des Hartes was reinpulvern. Wenn wir solche Kisten finden, ist es heftig, wie viel wir dann jetzt kriegen, ey. Aber ich glaube, die Orbs haben sie ein bisschen zu knapp begrenzt, die man sammeln kann. Und ich habe ja viel, wenn ich alles an den Orbskisten gefunden und auch alles da leppert, was so geht. Nein, nicht. Tausend, ja. Haben wir voll jetzt. Neugierigkeiten, stärkere Seelen. Zehntausend, ey. Wir haben auf jeden Fall alle Waffen schon. Das ist schon mal was Gutes. Das ist vielleicht schon noch. Das könnte wenig. Komm, machen wir das. Kostet nämlich am wenigsten von allen. Wo sollen wir denn mit hin? Aber war es nur wegen den Orbs hier jetzt. nur wegen Orbs wahrscheinlich. Ich finde auch alles unnützlich hier. Okay, was heißt es ist nicht unbedingt unnützlich, aber wo es einfach nicht weitergeht. Das finde ich. Das ist auch schon mal was Cooles. anscheinend. So. Jetzt nach oben. Und außen was da raus. Okay, was brauchst du hier? Eine Statue, ja, schon. Okay. Ich glaube, ich weiß, was hier gebraucht wird. Ich glaube, ich muss auch zurück den anderen Weg gehen. Ich brauche nämlich wahrscheinlich die Halsketten. Scheiße. Da kommt wieder das hier, was ich gar nicht mag. Wenn ich jetzt nämlich sterbe, ist das nicht gespeichert. Also, ich sollte schon nichts dafür sorgen, dass ich überlebe. Gut. Und dann erst mal speichern jetzt hier. Hier war noch irgendwo ein Speicherpunkt. Jedenfalls sind hier erst mal Gegner, die mich jetzt nerven. Okay, nicht so wirklich. Okay. Hm. Okay, ich gehe jetzt auch nirgendswohin. Oder? Irre ich mich? Nein. Natürlich nicht. Ich höre da noch irgendwo Gegner. So. Nehmen wir ein Stück nach unten. Ja gut, hier speichern. Ich wüsste aber jetzt nicht, wo es dann weitergehen sollte. Ich habe keine Ahnung. Ne, hier geht es nur runter. Also, da oben war ich schon gar nicht verkehrt, glaube ich. Aber irgendwo sind hier noch Gegner. Ich höre zumindest ein. Zum Glück ist das jetzt erst mal gespeichert. Ist schon mal wichtig. Und hier ist nichts, oder was? Hält sich auch noch nichts fest? Muss ich jetzt den ganzen Weg zurück, oder was? Wenn, dann würde ich jetzt ziemlich böse werden. Ich weiß nicht, gab es vorstellig den Aufzug hochgefahren. Gab es da noch einen Weg? Ich weiß es nicht. Muss ich kontrollieren. Das andere hilft mir ja nicht. Hm. Theoretisch kann es ja keinen anderen Weg geben. Theoretisch, sage ich. Komm, schneller. Hm. Nee. Kann keinen anderen Weg hier geben. Anfangen. Nee, ich glaube nicht, nee. Ich glaube nicht. soll ich den ganzen Weg wieder zurückgehen, weil ich was getestet habe. Wahrscheinlich war ich doch schon am richtigen Ort und ich habe es selber nicht bemerkt. Nee, hier kann es auch nirgendwo anders hoch. Ich kann einfach nur hier hoch weitergehen. Hier müssen wir richtig sein, sonst wäre da kein Speicherpunkt. gut. So. Hier waren wir auch richtig. Okay, die Küste kann ich jetzt aber trotzdem mal nehmen. Nimm. So. So. Jetzt müssen wir da wieder rüber. Toll. Tolle Wurst. Komm, schneller, 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 schneller. So. Jetzt juckt es mich an der Hand. Jetzt hier irgendwo hin? Nein. Aber da könnte es irgendwo hingehen. Hier. Nee, hier nur zu Kiste. Ja, toll. Da war ich doch da gerade richtig. Und dahin muss es dann irgendwo weitergehen. zumindest denke ich das. Und ums. Ich glaube schon, irgendwo geht es ja bestimmt weiter. da wird mir noch irgendwas angezeigt. und ich sehe es wahrscheinlich nicht. Das kann ganz gut sein. Aber wo soll es hier bitte weitergehen? Ja. was mache ich jetzt? Ich würde euch ungern aufhalten. Ja gut, da muss ich hier einen kleinen Cut machen. Also bis gleich. So, da bin ich jetzt wieder zurück und ich bin ein Blödkop. Ich habe was ganz tolles übersehen. Ich habe gerade ein bisschen gesucht und also bin ich da weggeschwommen, habe hier noch ein bisschen geguckt, bin sogar noch mal einmal zurückgegangen und jetzt guck mal, was hier ist. Eine Leiter. Was haben wir hier? Hier ist nichts. Aber hier sind Gegner, genau. Und hier ist nicht ein Viecher, die mich sowieso am meisten nerven. Können wir auch irgendwo anders kämpfen? Hier ist nämlich ein bisschen schmal. Also hier würde ich als normaler ungerne kämpfen. Könnte ich kämpfen. So wie Kratos. Und hier hört man auf mich da abzuschießen. So. Öffnen wir mir das hoffentlich irgendwie in der Phoenix. Ja, genau. Natürlich nicht. Und hopp. Hier müssen wir runter. Und in die Höhle rein.